Gimme, 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 gimme. Äh, Heilfee, oder? Die macht Ecken. Blaue Fee. Hä? Schwertfee. Hä? So, au. Nein, nein, die Fee löst die Augen aus. Tu es nicht, Baby, tu es nicht. Sei nicht so, Schatz. Sei ein bisschen lieb. Was, na, Arsch, weh. Hör doch auf. Lass das. Ach, hat alles keinen Wert. Mit so viel Leben. Mit so wenig viel Leben. Brauche ich hier nicht rum. Oh, Mann. Hey, Feuerwerk. Tatsache, die benutzt ja echt meine ausgerüsteten Items. Und die Pistole nicht. Okay. Aber nicht meine Munition. Geiles Teil, du. Ha. Cool. Ah. So. Also. Jetzt habe ich ein Teil gescannt. Und die Richtung hat gestimmt. Also C4 war dort, wo ich es erwartet hätte. Ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal schon gesagt habe. Oh, fuck. Das auch. Äh. Das ist so ein Dreck, den sich... Den irgendwie niemand jemals rausfinden kann, meiner Meinung nach. So, also. C4 hatten wir, C6. Das heißt, jetzt zwei nach unten. Wir ändern jetzt noch eins nach unten. Doch, das heißt, hier muss noch ein Teil sein. Hier unten. Ne, Level up. Das hat relativ gepasst. Äh. Scan the days at the bottom. Be sure not to place a weight on it and trigger the trap. Also, zack, gescannt. Und weg ist die Fee. So. Die anderen zwei brauche ich dann jetzt. Okay. 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 Das kreuz des Lichtes. Der C4 hatten wir doch gerade. Das ist... C4 hatten wir. Are you fucking kidding me? Ja, hier. Die Hände hatten wir eben. Ich bin da doch nicht mehr gestorben seitdem, oder? Nein, siehst du, passiert nichts. Ist gescannt. Scan Michael Jackson. What in the shit. Ah. Ah. I cannot jump. Ah, nein. Jetzt habe ich den Aufzug verpasst. Nein, 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 nein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Egal, hier komme ich auch dort raus. Mach halt deine Mimi-Todesstrahlen. Äh, eins hoch. The shit. So, und dann noch A1. Willkommen zurück, Mr. Sprung-Feld. Das war dort ganz links oben. Oh, drei der Podeste sind schon da. Na gut, die, die ich halt schon gescannt habe, ne? So, was ist A1? The Face at the highest platform. So, alle vier gescannt. Jetzt kommt das eigentlich interessante, und zwar die Reihenfolge, in der ich die jetzt betätigen muss. Dankeschön. So. Erstmal noch die Fledemeise. Oh, nein. Wie traurig. Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, was es dafür gab, aber wir hatten es gemacht. Und da hat mir auch jemand geholfen. Gut möglich, dass du das auch beim ersten Mal schon warst. Ich weiß es nicht mehr. So. Also. In der folgenden Reihenfolge. Oben links, oben rechts, unten Mitte. Oben links, oben rechts, unten Mitte. Okay. Oben links. Oben rechts. Unten. Mitte. Und. Fruit of Eden. Was macht das? Ist nötig, um das Paradies zu betreten. Oh, toll. Also auf Anhieb ist überhaupt nichts Messbares passiert. Leider. Supi. Das heißt, wir haben mal wieder keine Ahnung, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Okay, ich hacke mal hier lang. Vielleicht kann ich jetzt mal den Federn-Boss da machen. Der mich schon ewig nervt. Du bist nicht der Federn-Boss, du bist der Geister-Boss. Warum bist du nicht der Federn-Boss? Warum bist du nicht der Federn-Boss? Und könnte nach oben klettern. Boah. Drei Schläge. Ich sterbe gleich an dem. So, ich hab was erreicht. You know the dealio. Habe ich schon Sack-Kid. What the fuck is Sack-Kid? I do not think I have Sack-Kid. I do not think I have Sack-Kid. Und wieder zurück. Nach dem komme ich da weiter. Ja, ich hab ihn doch. Das war doch einfach der Riese mit dem Arm. Der aus dem einen Arm Laser schießt und aus dem anderen, also den Arm so lang schießt und sowas. Den hab ich. Der war eigentlich ganz cool. Nicht besonders schwer. Aber nicht langweilig. Der war gut. War ein Schwinner-Boss. Wo war ich denn? Geh ich grad richtig? Ich geh einfach irgendwie instinktiv. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Ah ja, genau. Ich bin von hier aus, ja. Und dann hier oben. Ja, ich bin richtig. Ha ha. Oh, das ist so herrlich mit diesem Ankh. Oder Kruzifix oder was auch immer. Das war so ekelhaft, hier jedes Mal hochzukommen, wenn diese kleinen Fliegeblubbel dich hier so angewixt haben. Arsch. Nur noch zwölf Gewichte. Zack. Huch, was seid ihr? Euch kenn ich. Euch da unten nicht. Ich hab hier keine Karte. Was haben wir hier? Das sieht besonders aus. Ich komm hier nicht hoch. Und hier komm ich auch gar nicht. Oh. Ich hab mich eingeschlossen. Ich hätte hier nicht herkommen sollen. Ich hab grad Sponge in the Sky gelesen. Wohin geh ich denn jetzt? Ich bin ein bisschen durcheinander zu langsam. Der Boss im Mausoleum war doch in der Mitte. Der war doch einfach mitten im Raum im Mausoleum. Oder irre ich mich? Oder irre ich mich? Ist das ein anderer, den ich jetzt meine? Vielleicht irre ich mich. Das kann natürlich sein. Und hier waren die zwei. Und hier waren die zwei. Ja, hier kann ich grad noch auf Sonne stellen, wie das andere Teil so verlangt. So, jetzt hier ein Raum weiter. Der Boss mit dem Kettenarm da. Ja, der ist weg. Schon länger. Und hinter dem ging's jetzt in... Was ins... Ach, dort wo die Fee ist. Da, der Endless Corridor. War ich doch schon hundertmal. Also dreimal. Fast das gleiche. Was soll ich jetzt hier? Wie nein? Was heißt hier nein? Einfach nein. Hier ist ein Schlüsselloch. Ja, das ist ganz cool. Aber Schlüssefehl wär geil.